Der Luftwäscher W2055A dient zur Befeuchtung und Reinigung der Raumluft und zeichnet sich speziell durch folgende Funktionen aus. Automatische Abschaltung bei zu geringem Wasserstand. Duftstoffbehälter zum Gebrauch von ätherischen Ölen. Zwei Leistungsstufen. Bessere Abreinigung dank Vorionisation. Das Luftwäschersystem führt die trockene Luft durch die Befeuchterscheiben und gibt sie optimal befeuchtet an die Raumluft ab. Somit wird der Raum auf natürliche Art und Weise von Verunreinigungen wie zum Beispiel Staub, Pollen und partikelgebundenen Gerüchen befreit. Die optimale Wasserreinhaltung wird durch den neu entwickelten Ionic Silverstick gewährleistet. Die Bedienung ist denkbar einfach. Der Luftwäscher verfügt über zwei Leistungsstufen für Normal- und Nachtbetrieb. Im Duftstoffbehälter können beliebige Duftöle eingesetzt werden. Das Oberteil kann einfach von der Bodenwanne abgehoben werden. Genauso wie die Befeuchterscheiben und der Wassertank. Am Boden der Wanne ist der neu entwickelte Ionic Silverstick, kurz ISS, positioniert. Dieser muss jede Saison ersetzt werden. Bei Unterschreiten des minimalen Wasserstandes schaltet das Gerät automatisch aus. Die LED leuchtet rot. Wird Wasser nachgefüllt, setzt das Gerät den Betrieb fort. Die LED leuchtet wieder grün. Die Reinigung ist einfach. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzkabel. Entfernen Sie Wassertank und Abdeckung und entnehmen Sie den Ionic Silverstick. Zur Reinigung empfehlen wir ausschließlich das speziell für Luftbefeuchter entwickelte Kalk Off. Vermischen Sie das Entkalkungsmittel Kalk Off mit sauberem und heißem Wasser. Eine Packung auf einen Liter. Befüllen Sie nun die Wanne mit der Reinigungsmischung und lassen Sie sie einwirken. Auch der Wassertank lässt sich sehr gründlich mit Kalk Off reinigen. In der Zwischenzeit die Befeuchterscheiben immer wieder bewegen. Für alle sichtbaren Elemente ist das Mikrofasertuch zur Reinigung die beste Option. Auch der Ventilator ist für eine Reinigung einfach zugänglich. Die Wanne kann nun nach der einstündigen Einwirkzeit gereinigt und ausgespült werden. Spülen Sie nun die Einzelteile mit klarem Wasser ab. Nach dem Zusammenbau kann der W2055A wieder mit Wasser befüllt werden. prophetische B climbing. Titelmutter Per GmbH Sie die Wannecy